So Leute, moin moin. Da sind wir wieder. Ja, jetzt nach kurzer Pause. Okay, was heißt ja kurzer Pause? Sind wir wieder da? Äh, spielen wir mal direkt weiter. Gut, komm. Also das mit dem direkt weiterspielen wird vielleicht nichts. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier wieder reinkomme. Äh, ich bin so dass du noch nicht ganz wach. Tut mir echt leid, aber... Es ist gerade mal zwölf. Ich meine, wir sollen dann um die Uhrzeit so früh aufstehen. Oh, da haben wir schon eine tote, ewige Blume. Wo war die schon? Jo. So, jetzt sind wir erstmal wieder. Äh, ach ja, genau. Hier, kann man hier irgendwas machen? Hier war so ein Becken, wa? Na? Genau. Also, nicht wundern, mein Anzeigetreiber spinnt meistens rum in letzter Zeit. Wir müssen mal gucken, ob das funktioniert. Das mache ich bloß, das ist nicht richtig. Hm, kippen wir doch mal gesiebte Erde rein. Oh, das lag so aufs Übelste gerade. Ich weiß ja nicht warum, tut mir echt leid, aber... Ah, vielleicht zickt mein Computer gerade ein bisschen. Was? Skizze. Ich würde noch muss gewusst haben, dass du hier fährst. Genau. Kann ich irgendwas machen? Antikes Messer. Was sollte man hier machen? Aber hier, gucken wir mal im Vinyl nach. Zu spät? Was in aller Welt? Ich habe die ewige Blume gefunden. Sie war tot. Ihre Blütenblätter waren schwarz, so wie die bösartigen Blumen, die den Kirschbaum vergifteten. Hoffentlich bedeutet das nicht, dass ich Führung da nicht mehr retten kann. Ich sollte sie wieder zu der Triale bringen. Ich vermute nur, dass sie nicht sehr erfreut sein wird. Oh. Ja. Hätte mal auf zu der Triale. War. Hallöchen, Triale. Tja. Funktioniert das? Keine Ahnung. Na, dann sprechen wir mal mit dir. Mit Hilfe der Scheibe, die ich dir gegeben habe, solltest du die ewige Blume finden. Du wirst sie brauchen. Wenn du Fiona helfen willst, finde die ewige Blume und bringe sie zu mir. Stopp, das hatten wir schon. Ich bin immer noch wach. Ach nee, ich bin immer noch schwach. Aber vielleicht kannst du ja zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Hier, nimm diesen Samen und pflanze eine neue ewige Blume. Schnell bevor ich noch schwächer werde. Samen. Okay. Verräng, neue ewige Blume. Wie viele hatten die davon? Ich muss die selbst reparieren, bevor ich etwas hineinlegen kann. Okay. Die Teile könnten immer noch hier irgendwo sein. Achso, genau. Jetzt müssen wir die Teile erstmal finden. Liegen die einfach so rum oder müssen wir die so finden? Alkohol. Hier ist nix. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ach ja, hier ist noch was. Da. Uh. Die Pflanzenbeckenstücke sind alle in dem Teich. Achso, das habe ich nicht gesehen. Finde 15 Pflanzenbeckenstücke. Ach du Schöne. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Äh. Da. 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 Das ist voll schwierig so mit dem Wasser. Aber ich finde es cool gemacht. Ist auf jeden Fall besser als bei Grim Tales, die wir mal wild spielen. Die so völlig unlogisch waren. Das finde ich cool. Oh, aber ich hasse Fische wie die Pisten. Ich hasse Fische. Oh, nee. Ich kann das auch nur immer wieder bestätigen. Ich hasse die. Die sind so eklig. Egal. Wir haben eine Aufgabe. Wir müssen diese ewige Blume retten. Also. Sollten wir uns davon spüren lassen. Da ist noch eins. Oh Mann. Ist das ja ins Nü. Ich habe wieder Angst, dass wenn wir zu oft klicken, dass dieses Vieh wiederkommt. Also der Schatten, dass es uns dann wieder so blöd angewirnzt. Da ist noch eins. Ah ja, okay. Das könnte nützlich sein. Pflanzenbeckenstücke. Oh. Ich glaube, ich kann dieses Pflanzenbecken wieder zusammensetzen. Ich hasse dieses Wort Pflanzenbecken. Ah ja. Das ist ja nichts Neues. Das kommt da hin. Das hält auch sofort. Das kommt da hin. Da. Was dat? Wat wat? Ne. Nicht ganz. Das kommt da rein. Nein, das war richtig. Da. So, gucken wir mal. Das ist die Frage. Warum das jetzt ist. Kann ja nur da hin. Fehlt darum da nicht immer noch ein Teil? Ach ja, da. Ach ja. Blumptisch. So, jetzt können wir da den Samenbogen pflanzen. Ich brauche eine Art Materialien, in dem ich die Blumen pflanzen kann. Okay. Gesiebte Erde. Magische Erde. Eingepflanzte Samenkorn. Gefüllter Kuchen. Mann, was sind wir für Pros, dass wir es einfach mal so schnell hinkriegen. Vor allem wächst sie auch so schnell. Aber ist okay. Was? Ich kann sie abschneiden, um sie in der Tonjahre zu bringen. Wieso willst du die Orle denn abschneiden? Ich dachte, dann kommt der ewige Winter. Was ist denn? Jetzt pflanze sie eine neue Blume und schneide die sofort wieder ab, sobald sie gewachsen ist. Warum? Egal. Gut gemacht. Und jetzt gibt Fiona die ewige Blume. Ihre Zauberkraft wird ihr den nächsten Schritt zeigen. Ja, sie ist sehr klein, besitzt aber viel Zauberkraft. Deswegen hat der Schatten sie gefangen genommen. Achso, Fiona, wenn sie nicht dachte, jetzt die Blume. Fiona ist der einzige Mensch, mit dem ich mich jemals angefreundet habe. Ich vertraue dir aber, weil sie dir das mit der Jungen anvertraut hat. Achso, ich vertraue dir aber, weil sie dir das mit der Jungen anvertraut hat. Gib ihr die ewige Blume und enttäusche uns nicht. Viel Glück, Sterbliche. Die ewige Blume. Die Triale sagt, dass ich die ewige Blume zu Fiona bringen sollte, deren Zauberkraft mir den nächsten Schritt weisen würde. Ich kann nicht lesen. Deshalb hat der Schatten Fiona also entführt, weil sie Zauberkräfte besitzt. Er selbst muss also mächtig genug sein, um sie in ein Becken zu sperren und ihre Eltern verschwinden zu lassen. Wie kann ich ihn nur aufhalten? Also wie ihr merkt, ich bin heute nicht ganz warm. Oh Mann. So, guck mal mal. Die Blume. Ewige Blume. Du hast es geschafft. Hier bitte, setze dieses Juwel in den Medaillon ein. Du musst noch vier weitere Juwelen des Medaillons finden. Wenn du das Medaillon vervollständigst, kannst du uns mit dem Schatten retten. Bitte hilf uns und gib nicht auf. Er ist uns. Jo, dies ist klein genug, um in das Medaillon zu passen. Ja, was heißt denn hier uns? Wer ist denn da noch? Na ja, gucken wir mal im Medaillon. Oh oh, oh oh, der Schatten. Stirb. Der ist so fucking gruselig. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Grimms nicht so blöder. Wenn ich mich nicht so blöder, habe ich mich dann gegeben. Ich bin da, in der Presence der Schade. Wenn er endlich ausgesprochen hat, ich ran. Ich ran so schnell wie meine legs würde mir. Aber statt der Sicherheit, habe ich jemanden oder irgendetwas gefunden, die mein Haus ranzockt. So. Das war bestimmt das Vieh hier vom Gemälde, wenn er mal guckt. Das kleine hier, in der Mitte. Ich hörte, das war das Ding. Tür zum Obergeschoss. Er ist hier entlang. Wie? Ich wollte es vorlesen. Türschlüssel. Das ist cool. Das fand ich gut. Ja, Schlüssel drehen. Ach, bumm. Zum Obergeschoss. Oh, das ist aber schön hier. Standuhr. Ich höre diese Uhr nicht ticken. Keine Chance, das bewegt sich nicht. Ja, ich weiß, wir sollten ihm viel hinterher, aber wir gucken uns erst mal hier nochmal um. Schublade. Sorgfalt hat noch niemandem geschadet. Taschenlampe. Warum habe ich nie Batterien dabei, wenn ich welche brauche? Ja, so geht es mir auch. Ich kenne dieses Problem. Die Musik ist cool. Die Luke führt auf den Dachboden. Der Ring hängt hoch und so hoch kann ich nicht springen. Kisten. Oh, das erste richtige Wimmelbildspiel. Achso, ne, ja, doch nicht. Ich würde, dass Eltern haben das Haus verfallen lassen. Ich dachte, es kommt so ein Wimmelbildspiel, wie ich sie vom Grimtaleskennen. Deswegen ist das auch cool. Ich finde elf Holzkacheln. Warum? Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da. Da. Wie schön hier eng arbeitet sind die Bilder. Ich würde auch so zeichnen können. Oder malen können, je nachdem. Da. So, zwei Fällen sind es noch. Ich wette, die sind jetzt hier voll offensichtlich und ich sehe sie mal wieder nicht. Ich bin da so ein Pro für. Ah ja. Doch nicht. Einer. Ich habe hier irgendwas übersehen, was man machen kann. Ich gehe mal kurz das Bild entlang. Offensichtlich nicht. Das heißt, ich bin nur wieder zu blöde. Ach ja, da. Ja, genau. Ich würde doch sagen, ich bin zu blöde. Das könnte es dann letztlich sehen. Holzkacheln. Neue Auszeichnung. Adlerauge. Löse fünf Wimmelbildsequenzen, ohne Tipps zu verwenden. Ha. Tja, siehst du mal. Ach, du Schande. Ich sehe schon. Tür verlassen. Die Schnüre der Luftbehandlung sind völlig durcheinander. Och ne. Okay, gucken wir mal. Wir brauchen eins, was da lang geht und was da lang geht. Das ist mit dem. Ob das nicht mit dem das ist? Ich gucke jetzt einfach mal, was da langfallen könnte. Oder das hier könnte dahin umfassen. Nö. Ja, fast aber nicht ganz. Ich mag die Musik so. Die ist nicht so gruselig. So, das gehört erstmal dahin. Ne, das gehört auch nicht dahin. Hä? Okay, fangen wir oben links an. In der Mitte ist kein zwar. Hä? Die Schnüre der Luftbehandlung sind völlig durcheinander. Ja, Leute. Okay. Hä, die passen. Ach doch, hier. Das hier passt. Das ist richtig. Gut, dann gehen wir mal von dem hier aus. Das heißt, hier muss dann irgendwas lang gehen. Schi. Das geht da lang. Der scheint auch richtig zu sein hier. Das heißt, der kommt. Ja, ne. Der kommt nicht dahin. Der kommt dahin. Genau. Ja doch, jetzt passt das hier. Ach, die, die richtig sind. Die sind schon fest. Die kann man nicht wieder bewegen. Das finde ich gut. Äh, nö. Das hier sieht mir ein bisschen danach aus. Genau. Warte, um die Stimmen. Jetzt müssen die beiden noch. Tada. Es muss noch einen Trick geben, um dieses Schalter zu haben zu legen. Ach, ne. Also, Nummer... Eins. Nummer... Zwei. Das ist jetzt auch überhaupt nicht schwierig oder so. Drei. Wenn ich jetzt verkacke, dann ist das richtig peinlich. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Okay, gut. Ich hab nicht verkackt. Sehr gut. Warum auch immer dir ein Kinderschlafzimmer abschließen. So ein Ritzel. Aber naja. So, Batterie. Das ist schon mal gut. Einen haben wir schon mal. Ist es zu dunkel, um etwas zu sehen? Wo ist der Lichtschalter? Ja, das weiß ich nicht. Achso, da sollte ich gerade gucken. Ähm. Oh, mein Handy meldet sich gerade. Egal. Toll. Als ich mich nach vorne lege, sehe ich das Zimmer schon so ein bisschen und für das Kinderzimmer sieht es auch gut aus, aber ich glaube, ihr seht das nicht. Okay, ich gucke mal. Ähm. Kann ich hier irgendwas machen? Keine Chance, das bewegt sich nicht. Okay. Erstmal die eine Batterie können wir vielleicht schon einsetzen. Geht das? Dass wir eine Batterie schon einsetzen? Ich muss noch mehr davon finden. Okay, dann nicht. Porträt. Okay, gut, da haben wir die zweite. Dura Zapp. Alles klar. Och, die gucken ja richtig mies. Also Fiona sieht auch aus wie ihre Mutter, aber die guckt so richtig böse. Wo wir noch selten jetzt wohl sind, wurden sie auch entführt. Ha. Ja, geschafft. Vorgelesen, bevor die Zeitung war. So, da haben wir noch eine Elfe. Die Uhr zeigt 11.45 Uhr an, aber es ist... Was? Aber es ist nicht klar, ob es morgen oder Abend ist. Naja, ich würde sagen, es ist morgen. Oder? Ja, die hier ist ja sowieso im Arsch. Ich habe noch nie eine Uhr mit herzförmiger Aussparung gesehen. Ach, Quatsch. Was mache ich? Ja, nee. Stopp, raus. Ja, genau. So. Sehr gut. Die sieht so cool aus, die Taschenlampe. Ich habe noch nie eine Taschenlampe in der Form gesehen. Jetzt ohne Scheiß. Ach, schön. Wo ist der Lichtschalter? Das ist die Frage. Also da oben ist eine... So, erstmal so. Die Kärton muss alle Glühbirnen entfernt haben. Naja, schön. Lichtschalter? Lichtschalter? Zurück zum Flur. Nee, wir gucken uns jetzt hier nochmal um. Bett. Ja, so sieht es bei mir im Zimmer auch aus. Ja, so sieht es bei mir im Zimmer auch aus. Das ist mit ihm.